Hallo, ich bin Sarah Ackermann, Leiterin des Produktmanagements bei Colomix und ich zeige euch heute einen echten Helfer für eure Arbeit. Wasser abmessen gehört zu den häufigsten Aufgaben auf der Baustelle. Die richtige Menge Wasser ist besonders bei modernen Materialien extrem wichtig, um ein gelungenes Ergebnis zu erzielen, auf das man auch wirklich stolz sein kann. Deshalb haben wir den Aquix entwickelt, ein einzigartiges Wasserdosiergerät genau für die Anforderungen auf der Baustelle. Der Aquix ist ganz einfach zu benutzen. Er wird nur an einen Wasserschlauch angeschlossen. Standardmäßig wird der Aquix mit einem Halbzollanschluss ausgeliefert. Er kann aber auch mit allen anderen Systemen, die ein Dreiviertel-Zoll-Gewinde besitzen, verwendet werden, zum Beispiel mit einem Bayonettverschluss. Der Aquix funktioniert bei einem Wasserdruck zwischen 2 und 6 Bar. Bei 6 Bar fließen 40 Liter pro Minute durch das Gerät. Das heißt, das Dosieren geht richtig schnell. Wenn der Aquix neu an einen Wasserschlauch angeschlossen wird, dann muss er zuerst entlüftet werden. Dazu lässt man mit der manuellen Dosierfunktion Wasser durchlaufen, bis es sauber ausströmen. Eingeschaltet wird der Aquix über die Play-Taste. Danach kann durch Plus und Minus die für diese Mischung benötigte Menge Wasser bis hin zu 99 Liter eingestellt werden. Wenn diese Menge öfter benötigt wird, weil heute zum Beispiel den ganzen Tag mit demselben Material gearbeitet wird, dann kann dieser Wert mit einer der beiden Memory-Tasten M1 und M2 gespeichert werden. Zum Dosieren kann der Aquix einfach an den Rand eines Automatikmischers oder eines Kübels gehängt werden. Wenn alles bereit ist, wird die Play-Taste gedrückt und der Aquix dosiert die eingestellte Wassermenge. Bei Erreichen dieser Menge stoppt der Aquix von ganz allein. Wenn die Mischung mal doch etwas mehr Wasser braucht, kann mit der manuellen Funktion nachjustiert werden. Solange nun die Play-Taste gedrückt wird, läuft kontinuierlich Wasser und der Aquix zählt mit. So herrscht immer Gewissheit, wie viel noch hinzugegeben wurde. Für den Aquix ist ansonsten kein weiteres Zubehör notwendig. Er wird mit zwei Doppel-A-Batterien betrieben, die bei Auslieferung bereits im Gerät eingelegt sind. Die Batterielaufzeit beträgt bei durchschnittlicher Benutzung über ein Jahr. Mit dem Aquix ist man somit sehr mobil und unabhängig von zusätzlicher Stromzufuhr. Ausgeliefert wird der Aquix in einem soliden Kunststoffkoffer, in dem er sicher verwahrt ist. Mehr zum Aquix erfahrt ihr auf unserer Webseite kolomix.com.